Mh, hervorragend, wunderschön. So sollte man einen Mannschaft aufstellen, knalle Rot. Na gut, vier Deutsche drin. Fünf, wow. Ich nehme Bielefeld. Und geht es mir nicht weiter? Wann, ich nehme Bielefeld? Ja, ich nehme Bielefeld. Kakao ist verletzt. Alter, ich weiß nicht. Ja, lach mich doch ein. Aber sowas von. So, haha. Jetzt geht es mir aber auch. Du gründest 9 vor 1? Es ist jetzt los, ich bin nicht raus. Wieso? Ich bin da. Ich bin raus. Party starten. Gegner, ich bin hier Trikot aus. Steht hier. An wem mein Trikot aus? Ich bin nicht im Spiel. Ich habe eine Einladung bekommen. Und das Spiel wurde abgebrochen. Hey. Wie war das liebend? Also dieses Zeitlimit, das sollten sie echt wegschmeißen, ey. Das ist der letzte Rot, zeig dir. So mal, hat mich gerade Chess eingeladen. Chess, warst du... Ich bin nicht drin, ich bin im Wahlkopf am Spiel. Klar bist du drin. Alter, ich glaube Chess hat mich gerade eingeladen. Jetzt bin ich voll gerotzt. Das zieht mich total ab. Mami, ich will nicht. Gegner ist bereit. Man sieht nicht mal, wer es ist. Alles Trikot. Ja, siehst du, du bist es ja doch, du Arsch. Von wegen. Na, sorry Lentulas, dann muss ich eben mal gegen Chess aufnehmen. Mach, mach, mach. Ja, das wird ein schönes Eigentor-Spektakel, glaube ich. Ja, ja, die so groß spielen als Beginner, das ist immer so richtig genial. Jetzt hat man nicht mal einen rosa Ball. Och man, oh. Ja. Klatsch. Alter, was machst du da? Ach, Mist, Ameisenknochen hier, mal guck mal, die stolpern. Oh, wo rennt es denn hin? Der war geil, oder? Einburg bist doof. Ne, lass mal eine Ecke machen hier. Wir haben Kontroll da drin, das klubst du nicht, ne? Wie schießt du denn hin? Ach, der Torwart soll mitmachen. Okay. Nein, Tor. Cool. Eins, nur. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Kriege ich auch einen Ball. Hallo. Danke. Na, Samur. Na, natürlich kommt er wieder dazwischen. Boi, ja, ba, ba, ba. Nee, 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 geh mich weg vorher. Geh mich weg. Na, ha, ha, ha. Dein Kinder mitgerechnet, ey. Ja, und jetzt schießt er das Gegentor. Juhu. Lauf, 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 Lauf. Hä? Hä? Ja, keine Radio-Komber. Alter, was das denn? Ey, was, was, was denn mit? Übelst du so wichtig? Ne, 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 lass mich hier. Du, du, du gemeinerschiffst. Ei! Ami, der will mir wieder ein Ball klauten. Ich seh schon kommen. Und was macht der denn? Da läuft, ne? Ja, aber so hat von, sag ich dir. Komm auch mit. Haa. Über diese Rückendeckung. Wie hüppst du eigentlich über dir rüber? Machen die das automatisch, oder? Aber, hallo. Na, 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 na. Ha, 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 ha. Mach nichts an. Elfmeter. Äh. Ach, komm, hier. Pff. Haare präsieren. Wie jetzt? Gelb. Ich will keine gelben Haare. Danke. Jupp, jupp. Hey, hey, hurra. Wo schießt er hin? Wo schießt er weg? Äh, keine Ahnung. Wir drücken alle Knöpfe, die wir haben. Und dann, äh. Passiert irgendetwas. Oh, dann nimm die Hand auf und... Ja, genau in die Mitte. Na, bitte. Pröse, nur ja. So, steht ins ins und, äh, ja, gleich nimmer, würde ich sagen. Oder? Wie siehst du das? Ja, mal sehen. Hast du den Trick gesehen hier? Bäm und pum und knall und peng. Und schmeißt dich doch nicht hier hoch weg, hier. W-w-w-w-was war das denn? Da läuft der Ende durch den anderen. Ja, und zack, ist da der zweite Null. Oh, schade. Ne, Null. Äh, ich hab' ja schon Tor, ne? Einen an den anderen versteht. So, ja, das, ne, läuft, würde ich sagen. Ins ins. Ja, oh, das war schon auch 6. Ja, aber nur 26 Sekunden, 25 bis er das Bild mal geladen hat. Wie ist das, nur noch 20 Sekunden. Ist total genial hier. So, ein, kann ich auswechseln und eines gut. Weil dann ist ja die Zeit schon wieder vorbei. So, so. Ah, den Bänder. Hat er denn ein Bänderriss oder so? Ja klar, nee, der Ball ist durchsichtig, oder wie war das? Chabu! Na, sakre blöseisch. Ja, ich laufe mal ohne Ball weiter, ne? Ach, Schubi-Dubidi-Budupi! Hintenanstellen, hintenanstellen, ja, und corps! Undあー! Undあー! Komm! Oh, schade hätte ich fast so negro. Mann, gesagt warum meine Chance gewesen! Ah, shred von dabei! Gibts nicht, ey. QUIN! Was hast du gesagt? Ah, geil rein, droah! Meine Fresse, ich war die selbe Scheiße, du. Was denn? Ey, geil, hast du das Publikum schon mal von nah an gesehen? Die sehen ja richtig geil aus, ey. Voll HD, ne? Ja, nee, also voll HD, würde ich sagen, ne? Sind ja meine Videos gar nichts gegen. Aber sowas von, sag ich dir, eher. Mit Sound. Und, yeah, hast du den gesehen? Bum! Nee, die Richtung ist mir nicht schön. Ihr hast den Ball. Ja, du sollst den doch nur halten, Mensch. Machen die da eigentlich? Wirst du auch nicht mal? Waa! Mami, ich will auch meinen Ball haben. Na gut, dann bin ich dir. Danke. Weg mit dem Ding. Und weg mit dem Ding. Weg mit dem Ding. Damit. Es hätte auch was geben können, ja. Ein wenig. Schubidubidubi. Hallo. Darf ich jetzt auch mal? Nee? Ach, du bist doch hier. Wenn man es geben, weißt du? Und tschüssi. Und tschüssi. Klo, 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 Mimbalio. Ey, mal diese scheiß Full Pro ist, ey. Hast du null Chance gegen. Das macht so einen Bock, sag ich dir. Na, zum Glück spielt er ja nicht ernst. Dann stellt sie ja schon 30-0. Nee? Chessi. Was denn? Ey, ist immer schön, wie er zuhört, ey. Kannst du auch mit dem Baum reden. Und, 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 und. Ja! Fallrückzieher, ja. Und Bäm! Mit E-Fee. Ach nee, E-Fee, ne? Aber E-Fee ist doch auch schön. Ach, nö. Das war's ja schon. 2-1 gewinnt Dortmund. Hey! Wer hätte's gedacht? Nein. Nein, nein. Muha. Da lädt der mich hier einfach aus dem Hinterhalt ein, weißt du? So einen Arsch, sag ich dir. Das sag ich dir aber doch. Nee, nee, nee.